Ja, da geht's weiter. Das wäre der alternative Weg. Wie kommen wir da rein? Moment mal. Hm. Das weiß ich jetzt partout noch nicht. Wir gehen erstmal weiter. Eine grüne Schlüsselkarte brauchen wir. Okay. Das hier. Verstehe. Den werden wir schon noch bekommen. Den hier als nächstes. Komm, 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 komm. Schieß. Ah, verdammt nochmal. Das war zu vieles Guten. Ich hatte die Hoffnung, dass wir sie noch mit dem... Wer ist das Ding Blaster erledigen können? Diese exotischen Begriffe. Kann sich ja keiner merken. Na also. Sehr schön. Er hat auch die grüne Karte. So, jetzt kann ich auch nachladen. Fürs Erste. Okay. Grüne Karte. Munition. Hier können wir auch noch weiter gehen. Ah, noch nicht. Die Tür ist geschlossen. Nein. Hier kommen wir noch nicht weiter. Die nehmen wir mit. Und öffnen. Ne, warte. Das war der falsche. Wir brauchen noch den Raumanzug. Das heißt, wir müssen erstmal hier entlang gehen. Jetzt. Ah, verstehe. Was haben wir denn hier? Ein Raumanzug. Der Stehdieb sieht adretter aus an unserem... ...Hartboiled. Huhn. Und nun? Oh. Nur Eulenwaffen können im Weltraum feuern. Ah ja. Man hört nichts. So wie auch im Weltraum, denn... ...da breiten sich ja keine Schallenwellen mehr aus. Im Vakuum. So, und jetzt? Ich kann mich ja nur relativ langsam bewegen. Brühe ich ja eine Karte. Ah ja. Die Stille. Das Abfeuern von Eulenwaffen verleiht dir einen Schuh. Ach so. Ah. Nett. Gefällt mir. Ist sehr abwechslungsreich. Der erste Teil war dann doch... ...an manchen Stellen etwas repetitiv. Aber das hier... ...doch abwechslend. Okay. Komm schon. Da brauchen wir ganz schön viele Schüsse. Ja, okay. Moment. Na toll. Hier treffe ich sie gerade. Ja, ja. Also. Ja. Laserpistolen. Komm schon, komm schon. Endlich. Okay. Da kommen wir wieder raus, nehme ich an. Aber jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg. Ja. Komm. Weiter, weiter, weiter. Oh nein. Ja. Die haben wir auch gleich. Ja. Aber schon eine witzige Idee, ja. Da braucht man echt viele Schüsse mit der hier. Hm. AK. Da haben wir ja noch die... Ah, Rosenknospe. Fleischhub, Alter, haben wir auch noch dabei. Blaster. Jetzt. Und das hier? Eine blaue Karte brauchen wir. Hier drüben. Achtung. Erwischt. Sehr gut. Okay. Ganz ruhig. Ich hab echt nicht mehr viel Leben. Fällt mir jetzt auf. Ja. Das ist mir sehr früh aufgefallen. Na gut, da müssen wir nicht mehr lang. Na, kommt schon. Ja, 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 ja. Na also, das geht viel schneller mit dem... ...gerät hier. Ja. Okay. Nachladen. Den haben wir gleich. Ja. Und hier ist noch einer. Ja, wenn der mal stehen bleiben würde. Sehr gut. Nachladen. Von den Terminatoren haben sie ja auch mehr als genug anscheinend. Okay. Aha. Ach so. Na, großartig. Den haben wir direkt. Ja, ja, ja. Komm. Erwischt. Und wir müssen nachladen. Die nächste Eule. Ja. Da geht es noch mal weiter. Das ist die Frage hier. Links haben wir auch noch einen Weg. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welchen Weg wir gehen sollten. Moment, wir gehen mal hier entlang. Ja. Für den müssen wir aber... Ach so, wir sind direkt hier. Ja. Hier runter. Ah ja. Ah, okay. Da kommen wir jetzt später lang. Durch die blaue Karte. Ganz vergessen. Also müssen wir... Hier entlang, um zu... Naja, wem auch immer zu gelangen. Ich meine, wir suchen immer noch Putzki. Den furchtlosen Führer, der nicht wirklich furchtlos ist. Und wahrscheinlich auch nur eine Marionette. Das habe ich ja schon im ersten Teil gesagt. Und er wird immer wieder belebt, weil... Er das... Naja. Das Marionette eben... ...da steht. Ich weiß nicht, was er meint. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Und er brachte einen anderen Freund. Welp, lasst uns tanzen. Das ging sehr schnell. Ich glaube, ich sollte mich mehr bewegen. Und ausweichen. Also, ich versuche mich ja hier zu bewegen, aber... Einfacher gesagt, als getan. Ja, jetzt lapp doch mal nach. Da, meine Maus. Bleib bitte im Bildschirm. Ich muss mich kurz halten. So. Geht doch. Und jetzt? Oh, nein. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Okay, nachgeladen. Das geht doch. Ja, er isst hier sein Hütchen. Der Dreckige. Und jetzt? Komm. Nein, nein, weg. Kann ich die? Oh, je. Ich weiß nicht, ob ich die hier direkt von hier aus treffe. Moment mal. Oh, die sind da unten echt schwer zu treffen. Muss hier kurz mal nachladen. Okay. Einen Moment, bitte. Ich glaube... Das wollte ich nicht. Hallo? Die Steuerung spielt verrückt. Hallo? Kann ich... Ich will da... Hallo? Ich... Was? Ich will hier raus. Okay, mein Fehler. Kann ich jetzt wieder... Moment, wir probieren das nochmal. Ja, die Steuerung spielt. Hallo? Hör auf, nach... Hör auf, nach links zu laufen. Ich muss mal kurz was ausstöpseln. Okay, bleibt er jetzt stehen. Hallo? Er ist eben nach links gelaufen. Ihr habt es gesehen. Okay, geht es jetzt? Merkwürdiger Fehler. Jetzt. Okay. Pardon? Aber... Da gab es gerade ein paar Komplikationen. Ja, was denn sonst? Okay, ich brauche... Ja, das war's mit uns. Ich weiß nicht, ob das hier so unbedingt besser klappt. So, okay. Steuerung funktioniert. Okay. Ah, der hier macht mir echt am meisten Probleme. Ich darf ja nicht mal nach oben. Und wurde weggegrillt. Ja, neu starten. Drücke die Taste. Ja, ist gut. Oh, und also. Oh, und also. Zwei weg. Danke sehr. Ja, das nehmen wir mit, Munition und nachladen. Ja, den haben wir. Ah, der mit seinen komischen Strahlen hier. Ja, jetzt ist das Problem, dass ich wieder nachladen muss. Oh, die lassen mich hier nicht weg. Und der ist einfach die Hühnchen. Dieser Mistkerl. Will mich nur provozieren. Ja, kann ich? Hallo? Ich will... So. Ja, wie wär's mit Dachladen? Kollege? Ja, also. Ja, ja, ja. Boah, jetzt sind die alle auf einem Haufen. Den sind wir auch losgeworden. Oder auch nicht. Jetzt. Jetzt. Danke sehr. Ja, ich warte. Warte immer noch. Hallo. Geschütz. Ja, ich warte. Die sind so schwer von hier unten zu erreichen. Jetzt. Oh, na endlich. Ja, ich denke, wir müssen es ein bisschen zusammenbauen. Roboter und Owls. Kass das, Schöne. Sehr gerecht. Den haben wir. Okay, Konzentration. Ich verliere hier Leben am Stück. Ja. Und ich darf wieder am Anfang anfangen. Ist das nicht fair? Ich weiß echt nicht, was... Was die Entwickler hier für ein Problem mit den Speicherpunkten haben. Ich sag nichts mehr. Also, soll die schon, weil... Ist ja ein Let's Play. Wow. Komm, geh weg. Wart schon. Danke sehr. Ja. Ja. Ich warte. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Sonst wird das nichts. Das kann noch etwas dauern hier. Das sind schon einige fordernde Stellen hier. Au. Jetzt. Ist ja gut. Keine Chance. Die haben mich einfach dezimiert und ich kriege hier nicht mal einen verdammten Speicherpunkt. Ja, alles gut. Okay, den hab ich gut erwischt. Ja, komm schon. Ja, nochmal Glück gehabt. Komm schon. Und der nächste. Ja. Der muss natürlich direkt hier oben landen. Ja, jetzt reicht's aber. Okay. Okay. Diese Sensoren da unten zu treffen, das ist echt schwierig. Ja. Jetzt. Oh. Tut mir leid, ich konnte es gerade nicht treffen. Das Problem ist, ich muss hier echt an einer bestimmten. Okay. Na schön. Ja, jetzt. Den haben wir. Den haben wir. Nachladen, nachladen, nachladen. Lade nach. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Jetzt schützt er sich noch. Laut nach. Oh. Das ist doch... Gib mir einen Speicherpunkt. Gib mir mehr Medizin. Ja. 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 Ja, jetzt. Hallo. Ich hab die ganze Zeit auf Schießen gedrückt, aber er macht nichts. Komm schon. Komm schon. Ich. Ich hab fast kein Leben mehr. Da war Leben. Äh. Warum? Warum gibt der mir hier keinen Speicherpunkt? Ey, ist da... Ich versteh's nicht. Sorry, ich versteh's gar nicht nicht. Das ist einfach unnötig frustrierend gerade. Das ist gerade so unnötig frustrierend einfach. Allein, um an diese Stelle zu kommen. Das dauert Ewigkeiten. Ja, ist gut. Lass mich los. Ja, gut. Das soll ich mich mal bewegen. Ich drücke hier auf die Leertaste. Ja, das mit den Zielen wird auch nichts mehr. Hallo, nachladen. Ich hab auf R gedrückt. Wird das heute nochmal was mit dem Nachladen? Ich weiß nicht wieso, aber das frustriert mich gerade aus irgendeinem Grund. Ich weiß echt nicht wieso. Normalerweise, kein Problem. Ja, ich wollte eigentlich an dem vorbei. Jetzt. Jetzt zieh doch weiter nach unten. Ja. So läuft das. So, den haben wir direkt erwischt. Jetzt. Heilige nochmal. Ja, weil ich das mit dem Treffen auch hier kriegen würde. Was ist denn? Ich komme hier zu nichts. Ich würde mich gerne wehren, aber... Und ich muss nachladen. Ist das nicht schön? Das kann ich gleich wieder vergessen, weil... Der Anfang ist wieder gescheitert. Ich muss den hier in der Mitte direkt erledigen. Direkt am Anfang. Warum hat der mir keinen Speicherpunkt gegeben? Ich... Was soll denn das? Das war im ersten Teil schon so merkwürdig. Man bekommt an den merkwürdigsten Punkten... Wird gespeichert. Ich habe schon hier viel zu viel Leben verloren. Jetzt lad doch nach. Ich drück... Ich drück auf R. Aber er lädt nicht nach. Und dann stirbt er. Und ich brille hier wieder herum. So. Ihr seht ja, wenn er mich einmal an diese Ecke gebracht hat, dann bringt das nichts mehr. Dann eliminieren die mich direkt. Aber ich muss den Blaster einsetzen. Komm schon. Ja, lad nach. Wow. Komm schon. Komm schon. Ja. Nachladen. Ich warte. Schneller, schneller, schneller. Okay. Noch schneller bekomme ich das nicht hin. Ja, jetzt hat er mich wieder in die Ecke gedrängt. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt machen sie mich wieder fertig. Okay. Das hat aus irgendwelchen Gründen funktioniert. Oh, jetzt... Ja, ja, jetzt bringen sie mich wieder in die Ecke hier. Leben. Die... Ah, ich komm hier nicht mehr raus. Ich komm da nicht mehr weg. Nein, bitte. Komm, komm, komm. Ah. Ich denke, wir müssen es ein bisschen mixen.